Heute steht für uns Landeier das Abenteuer des Jahres auf dem Programm und dafür geht's zuerst mit dem Mietauto zu DM. Ganze drei Monate haben mich diese heiligen Hallen jetzt schon nicht mehr gesehen. Doch für gemütliches Bummeln bleibt keine Zeit, der Modus ist Super Toy Club, nur dass man am Ende bezahlen muss. Also go, go, go und weiter zu Ikea. Auch hier wird strategisch nach To-Do-Liste operiert. Ein absolutes Himmelfahrtskommando an einem Samstagvormittag. Doch wir ziehen durch, denn das Auto ist nur für vier Stunden reserviert. Schnell noch Päckchen in die Parkstation bringen und einen kleinen Wocheneinkauf bei Rewe machen, bevor es zu Fressnapf geht, um neue Bespaßungen für die königlichen Hoheiten und unser eigenes Körpergewicht in Katzenstreu zu kaufen. Und das war sie, wertes Publikum, die große Ausfahrt Q1 2024. Vielen Dank, auch im Namen der Familie und schreibt mir mal, ob ihr auch Landeier seid.